Hallo und Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Room Total War. Ein Classic Let's Play, das mir sehr sehr viel Spass macht. Momentan habe ich auch gedacht, ich werde im Livestream auf Twitch das Barbarian Evasion Addon zeigen. Einfach mal davor, weil wir hier zuerst fertig machen sollen. Heute war noch die Blizzcom für euch gestern und der Necromancer wurde angekündigt. Da mache ich noch sehr viel Diablo 3 mit dem Necromancer auf der PTR. Das kommt schon in einer Woche. Und der Minecraft kommt weiterhin immer wieder. Gut, aber Room Total War ist einfach momentan eines meiner Favoriten Spiele. Nehmen Mountain Blade War Band. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm... Ja, die Hasse Julia sind jetzt Feinde von uns zwei. Werden uns jetzt ein bisschen gegenseitig helfen. Und... Verbündete sind jetzt mit dem Salikischen Reich. Genau. Hm... Also hier in Mazedonien, die haben noch nichts Verbündete. Aber hier haben wir Feinde. Gut. Seitenwertung. Gesamt. Eigene Seite. Alle Seiten. Wo bin ich? Ha! Ich bin der Erste wieder, hä? Bei Gesamt. Bin ich der Erste? Neu. Militär bin ich natürlich noch nicht so gut. Ähm, ja. Die Gallier haben wir am meisten Militär. Prima. Hier Produktion sowieso auch. Bieder. Knapp darunter gewesen. Aber schön. Gebiete haben wir auch am meisten jetzt. Nein. Da oben ist noch grün. Äh... Gallier. Äh... Sorry. Okay. Ich habe gerade gesprokt gemacht. Darum tut mir leid, wenn ich nicht so... Ja, ein bisschen... Äh... Ding muss... Ähm... Heuchen muss. Einfach ein bisschen... Ding habe. So. Die legen wir raus, haben wir gesagt. Hier rein. Machen wir mal hier. Allein, man kann gar nichts aufstocken. Ähm... Ja... Wir wollen ja eigentlich... Ja, Strategos. Da wollten wir die nicht rüber bringen. Nein, ich glaube eher nicht. Also machen wir da noch ein paar... Soldaten raus. Ähm... Auswählen bitte. Ja, Strategos. Vorwärts. Noch eine. Ja, Strategos. So. Sehr schön. Und dann wieder hier rausnehmen. Äh... Hallo. Rausgehen. Sind die schon draußen? Äh... Ich habe nichts gesehen. Gut, jetzt haben wir genug Soldaten. Ich hoffe es geht ohne Fernkämpfe. Was haben wir denn hier? Ah, die haben aber Fernkämpfe gute, ja. Wird schwer, aber können wir besiegen hoffentlich. Was können wir sonst machen? Wir haben nichts anderes. Ja, die sind alle hier. Ja, stimmt. Wir müssen die unbedingt wieder raus tun. Und dann... Du bist der Alte. Ja, der 58er. Gut, die müssen wir nicht nehmen. Können wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. So. Ja. In der nächsten Runde seid ihr hier... Nein, in der... In zwei Runden seid ihr hier. Ja, Kapitän. Gut, hier brauchen wir mal Soldaten. Gut, machen wir mal zwei. Und hier brauchen wir auch wieder Soldaten. Gut. Dann haben wir hier noch. Ja, mehr Soldaten machen. Und hier muss ich schauen, ne. Ja, machen wir auch Soldaten. Gut. Ich will wieder Frieden machen. Ach komm. Ihr Feiglinge, ey. Gut, wir müssen hier hin. Ja, die haben hier Soldaten. Solange unser Dorf hier geschützt ist oder unsere Stadt, kann uns nicht so viel passieren. Ja, sollen wir suchen, ne. Ah ja. So. So. Weitermachen. Oha. Okay. Machen wir wieder den, sonst vergessen wir den. Ähm, was ist das für Leukit? Wir gehen jetzt einfach zu den Grünen, zu den, ähm, ähm, äh, so ein grünes Land. Und. Armenien. Ja, stimmt. Weil es ja auch in heutigen Zeit noch gibt. Agent entdeckt. Hausdeskrippion. Ja, natürlich. Ich. Mein Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Noch mal versuchen. Na, wir sehen nur keinen Grund. Sonst greife ich den an. Von, äh, vertreib ihn von der Insel. Okay, ähm, wir müssen hier einen Hafen machen oder eine Kaserne. Okay, wir machen einen Hafen. Wir brauchen Geld und Kydonia bekommt jetzt... Nein. Okay, den Wall. Sehr gut. Hier können wir jetzt wieder höher stufen. Genau. Super. Ihr geht. Die können sich nicht zusammenschließen, ne? Kapitän. Ja, Kapitän. Ja, Meister. Ich stecke mich auf dem Schiff. Bioniere sie aus. Ja, Kapitän. Du gehst mal hier raus und erkundest hier mal ein bisschen. Aha. Gut. Dann gehst du zurück. Und du hier musst unbedingt hier hin. Wir brauchen eine Verstärkung. Irgendwie kannst du doch da hin. Nur wegen dem Schiff oder was? Bereit. Bereit. Diese Schiffe können dort nicht hin. Ey, was ist denn los? Ja, in der nächsten Runde hat die Presse jetzt. Ha, ha. Nike-Priester. Der Nike-Priester. Ha, ha, ha. Gut. Dann haben wir hier. Ja, genau. 91 Prozent. G4. Spion. Wann weiss ich, ob der Spion möchte da etwas machen? Untersuche. Danke. Genau das wollte ich verhindern. Ei, ei, ei. Frechheit. Das ist wirklich immer so. Ständig hat der Spieler schlechte Karten und der Feind hat immer gute Karten. Es gab mal in Barbarian Invasion eine Zeit, da wurde ich die ganze Zeit immer wieder von den Attentäter um, also die Familienmitglieder umgebracht. Aber ständig. So. Deshalb tue ich jetzt lieber mal ein bisschen mehr schützen. Okay, jetzt ist er doch hier. Die erste Runde hier hin. Ja. Und ihr da. Du bist einfach eine Flotte. Ja, von mir aus. Ah, die wollte ich wahrscheinlich hier hin nach Sparta bringen. Ja, die muss unbedingt noch rauskommen. Wir müssen jetzt einfach das Geld mal ein bisschen ausgeben. Hä? Werden wir es schon schaffen. Okay. Eben, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also ich muss zuerst ein bisschen reinkommen. wieder und dann geht es schon. Das sind sowieso Solo Kitten. Ich hoffe denen geht es mal ein bisschen schwächer. Ja, da haben wir ja auch gemacht. Dann war das alles. Wer gab nun? Hast du nichts? Nö. Okay. Dann war das alles. Ein geeigneter Gatte. Ja, Bürokrat ist sehr gut. Ja. Nehmen wir für ihn. Ja, für sie. Und hier? Oh, 12.422 Einnahmen. Boah. Heftigst. Rodos. Übungsplatz. Peltasten. Stelle. Milizkarballerie. Ja, ich muss eine Wehrkaserne machen. Oder wir werden Pflasterstraßen machen oder so. Ein Schmied. Schmiede sind immer wichtig. Pergamum. Da werden wir Minen machen. 2000 kosten die. Ja, dann Nike schreiben. Der gibt's. Zufriedenheit einfach noch. So. Ein bisschen mehr Geld verdienen. Syrakos muss. Unbedingt. Eine Wehrkaserne bringt's ja nicht. Hopliten. Ja, würde es bringen, aber... Wir haben einfach zu wenig schnelle Truppen. Das ist das grösste Problem. Dann machen wir einen Markt. Ja, komm. Mehr bringt's ja nicht. Syrakos werden wir eventuell verlieren irgendwann mal. Errodung. Sehr schön. Und hier machen wir auf Niedrig, damit du upgraden kannst zur Stadt dann oder so. Ja, zur Stadt. Hochzeitsfeierigkeiten. Schön. Damian von Samas mit Hermine. Mit Hermine? Ist das nicht die... Ich weiß jetzt nicht genau. Hermine war doch mal auch irgendwas. Keine Ahnung. Ob er auch etwas in den Griechen, habe ich gedacht. So. Können wir sogar noch etwas holen? Ja, klar. Nehmen wir mit. Sehr schön. Die Siedlung wird belagert, Herr. Sind bereit. Die können jetzt zusammen. Okay. Solange sie noch keine Erfahrung haben, können sie zusammenkommen. Ja, hier lassen wir mal alles in Ruhe. Wären schon nicht angegriffen, aber hier werden wir angegriffen. Deshalb nochmal seinen Ausbilden. Dieser hier, der kann dann hier reingehen. Und der da. Komm. Wir reden mit denen. Ja, dann reden wir mit denen. Naja, es gibt keinen Grund. Doch, es gibt einen Grund. Echt zu beschützen. Wir sagen jetzt sowieso beim Besuch. Ich hoffe, bricht der aus mal. Der bricht hoffentlich schon aus. Ja, jetzt müssen wir das Schiff dann noch schützen, weil die natürlich angreifen müssen. Ja, man hat das Spiel nicht so leicht wie die Leute. Ja, noch keinen Grund. Wieso? Ihr macht doch gar nichts. Oh, Rebellenflotte. Zerstört mal die anderen. Okay, das geht nicht so gut. Ja, Kapitän. Wir können jetzt nicht weiter. Ja, ja. Oh, das ist blöd. Wir haben hier gar keinen Hafen. Wir sind dann dorthin, ne? Na gut, dann versinken wir. Dann haben wir sowieso mehr Tags. Da haben wir nicht so viel, die wir bezahlen müssen. Weiter geht's dort. Und sonst haben wir nichts mehr. Ja, hier haben wir einfach nicht gerannt. Wir können mal da hingehen. Ich werde sofort mit Ihnen reden. So. Und weiter. Sehr gut, die haben nicht angegriffen. Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Ich möchte gerne ein Bündnis mit euch machen. Yeah. Sehr schön. Wow, dankeschön. Vorher hatten die das noch nicht wollen, hä? Am Anfang des Partes. Äh, des letzten Partes war das, ja. Hm. Hm. Per Garm nun. Möchte ich jetzt unbedingt. Ja, nehmen wir das, hä? Und Thermon. Müssen wir jetzt, ähm. Ja, nehmen wir den. So. Bei dem haben wir den Stein schon. Wieso habe ich die, ähm. Ja, auffristen müssen. Haben wir schon, hä? Das ist dann der grosse Tempel. Tempel ist Nike. Ja, grosse Tempel. Gut. Schön. Da sind sie schon. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Handelsrechte. Bündnis. Ja, sicher. Ihr kennt uns hier gar nicht. Ei, ei. Der nächste... Ist keines mehr hier hinten, hä? Gehen wir nach oben. Zu den... Ähm... sehr kurz schauen, wie die heißen. Sküten. Okay. Und zu den Spanier können wir dann auch noch gehen. Also die Rebellenflotte, äh, annektiert. Das können wir doch schaffen. Wir sind bereit. Wir haben Geschwindigkeit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir haben Geschwindigkeit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ja, Kapitän. So. Könnt ihr aufrüsten. Fortbilden. Und dann... Ja, hier. Genau. Jetzt haben wir hier... Drei. Und hier haben wir... Das Schiff ist bereit. Auch drei. Ja, Kapitän. Können wir gleich mal aufrüsten. Und dann angreifen. Miliz haben wir überall bekommen. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich fragen. Wollen wir es ein bisschen riskieren? Komm, wir riskieren es mal. Wer hat am meisten... Strategie verständlich? Looter ist ein Commander. Du da. Der da, der da, der da. Der da, der da. Der da, der da. Der da, der da. Ah, komm, den nach. Jetzt einfach mal ein bisschen provozieren. So. Perfekt. Gut. Ja. Hauser Julien mit... äh... Gallien. Nicht Sankt Gallien. Die folgenden Zahlen haben sich gegenseitiges Bündnis erklärt. Spanien und Kartago. Das ist immer schön. Dass die nicht Krieg machen. Die griechischen Städte und Kartago haben ein Bündnis angekündigt. Sehr schön. Wunderbar, hä? Macht ja richtig viel Spass. Oh, Kilikischeprägeraden. Sehr schön. Dann schauen wir mal die Julia an, hä? Prima. Kann ich etwas tun? Ja, jetzt muss ich nochmal speichern, hä? G5. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ja, so ein Ding. Ja, kein Vorteil. Ja, klar. Ihr werdet sterben. Ihr werdet angegriffen. 100%. Ich gehe wieder dorthin. Und hier... Oder hier habe ich doch einen Spion mal ausgebildet. Ja, dann kann ich mal... der hier wieder runterhauen. Der rauf. Der rein wieder. Und hier rüber. Und hier rüber. Weg blockiert, der Demolomat, ja. Dem ist der Weg blockiert. Dann haben wir gemacht. Gut. Dann können wir nochmal kurz... überspeichern. Sooo schön. Eine Schlachtaufstellung gegen die. Wieso kann ich nicht... rausgehen? Es ist böse, dass der angreift. Wieso kann der... Wieso ist der schon wieder gespawnt? Also ein anderer gespawnt? Ist ja klar, dass es in der Niederlage ist. Ja, der andere macht auch nichts. Das hat er wahrscheinlich... Ja, er hat auch verloren. Ja, Pech. Ist mir egal. Aber jetzt sollte ich mal... Ah, die haben aufgegeben. Das ist ja neutral. Also was machen die? Okay. Was mache ich jetzt? Mal hier oben mit dem Schiff hin, ne? Momentan geht es nicht weiter. Ich wollte eigentlich hier rein, aber das geht nicht. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Von so einem starken Schiff. Acht. Ja, da werde ich angegriffen. Mist. Gut. Dann muss ich... eine Schiffswehr bauen, ne? Ja, ja. Gibt mehr... Bonis. So, wie viel kostet ihr? 200? Ja, nicht viel mehr. Und in Kidonia... Mache ich jetzt Strassen zuerst. Sehr schön. Und der wird... Ja, der blockiert nicht, aber... Mehl vielleicht. Aha, alle im Krieg gegen Gallien. Und der wird einfach nicht angreifen, hm? Ich gehe einfach ein bisschen weiter raus. Rein. Zum Gegner rein. Stücke Schreiber. Blut und Lüstern. Aha. Sehr schön. Da oben haben wir noch... Da haben wir Gold. Boah. Genau, hier hin will ich. In der nächsten Runde dann. Jetzt haben wir den Ding verloren, hm? Das war ein Scheiß. Machen wir wieder einen. Ja, nicht hier. Wir machen... Hier können wir noch nicht... Ja, hier können wir als nächstes, ja. Können wir einen Spion machen. Machen wir dort einen Spion. Komödiant. Kampfgeist mit dem Komödiant. Komisch. Irgendwie ein Quizding. Komisch, hm? Erwarte eure Befehle. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Wir sitzen fest. So, hier haben wir aber auch einen Weg. Ich muss kurz... Einfach den Weg... Bis hier ungefähr. Und sonst... Machen wir jetzt noch kurz die Schlacht, hm? Berecht machen für den Kampf! Mem nun! Aga Mem nun! Ach ja. Mit dem Blut unserer Feinde schreibt dieser Tag heute die Geschichte unserer Doppel. So. So kann ich die... Ach so. Also, ich mach mal... die Mittelstarken vorne, hm? Ähm... Ähm... Ja, die nicht. So. Ihr geht nach vorne... Und ihr greift an. Los, angreifen! Los, angreifen! Schön, macht Haifischfutter draus. Kreta Bogenschützen angreifen. Nur die Kreta Bogenschützen angreifen, bitte. Sehr schön. Sterben schon mal ein paar. Jetzt müssen sie es niederrammen. Oh, wie die fallen. Krass... Heftigst hoffentlich ist nichts... ...verpackt. Das ist auch wegen den Steinschleidern, hm? Also, das sind nicht Kreta Bogenschützen. Das sind normale Steinschleidern auch. So. Du gehst unbedingt zu denen. Du gehst die an. Du hier. Einfach durchlaufen. Sie zerstechten. Und der ähm... Spartaner... ...Trupp muss gar nichts machen. Die Mauern sind besetzt. Ja, ja. Ja, äh... Wieso sterben die nicht? Die haben höhere... ...Bonise. Die werden sowas von vernichtet. Wunderbar, hm? Ja, die werden langsam angegriffen, irgendwie. Okay. Hier wird alles durchgerangelt. Der rangelt. Da ist nur noch einer übrig. Greift ihn an. Der... Gut. Ach, sehr schön. Hauptmann Kebes. Supi. Alle da, angreif. Hopp. Alle da, angreif. Hopp. Nein, nicht. Nicht mit den Pfeilen angreif... Äh, mit den... ...Schwerten angreifen. Sind die dumm. Wenn alle niedergemetzt. Ach, genau. Jetzt ist Schwerkampf. Sehr schön. Jetzt ist Schwerkampf. Super. Lol, die wollen rein. Wieso wollen die alle jetzt rein? Und hier ist... ...voll etwas los. Die kommen hier nicht durch. Sie stecken fest. Ah, hier greifen sie an. Da sind die Kreterbogenschützen. Alle Kreterbogenschützen auf die. Und hier auch. Alle drauf. Sehr schön. Aber jetzt schneller. Sie sind alle so langsam, diese Truppen. Heftigst. Was? Los, Schnetzel, zieh! Wenn ich das zöhne... Das ist ja heftigst. Wo seid ihr? Da hinten. Die sind langsam, hä? Jetzt muss halt ich die auch mit angreifen. Das sind nur Bauern. Dann greife ich die an. Die hauen ab. Die hauen ab. Die hauen auch ab. Alle haben immer Angst. Die haben keinen Mut mehr. Ich muss die Spartaner ja auch noch ein bisschen... ...ding... ...leveln, oder? Darum tue ich die jetzt auch mit rein. Aber die werden wahrscheinlich eh nicht... ...dazukommen zu kämpfen. Aber wie immerhin sind sie geschützt. Schön. Kommt jetzt nach. Oha. Jetzt kommen die Roten und die Grünen. Sie verstopfen hier alles. Wunderbar. Aber suppi. Ihr müsst angreifen. Angreifen. Angriff! Wieso habt ihr eure Speer wieder nicht? Das klappt nie. Los! Rennt! Aber wenig Schüsse, hm? Jetzt hauen sie ab. Ja, ja. Hauen alle Massen... ...abschlachten, hm? So. Hier auch ein bisschen Stocher. Wir haben die besseren Truppen, sollte eigentlich relativ leicht sein. Nicht töten! Ey! Sie dürfen die töten. Unsere Speere, sie... ...gehen nicht durch. Äh, ist alles ein bisschen verbockt. Das hatte ich so nie in Erinnerung. Angriff! Angriff! Genau, nehmt die Speere raus. Hopp! Wir pfeifen. Angriff! Los, flieht! Ja, so haben sie natürlich ein bisschen mehr Chance gegen uns. Aber schaut, die haben... ...probleme. Beide haben Probleme, weil die Karie nicht gut ist. Ja, es ist schon gut, aber... ...ja, sie war wegweisend damals. Ja, nicht so wegweisend. Bei Medieval 1 waren sie noch besser. Also geht die rückwärts jetzt. Mal die oben durch. Wir werden bitte... Mal die oben durch. Sok. Und jetzt... ...jetzt macht ihr wieder Sperre bitte. Aber richtig Sperre. Und ihr geht jetzt mal nach vorne Hey, lasst doch mal Schießt bitte die halt Aber bleibt doch mal hier Genau Ist doch gut, besser so Jetzt schiessen sie so weit nach oben Jetzt können sie nicht mehr laufen, sind wahrscheinlich müde Okay Ah jetzt, hopp Da vorne angreifen, aber alle Alle angreifen, alle Wie viele sind jetzt hier drüben? Doch, keine mehr Geht doch ein bisschen länger, der Part wird langer Wo wird geschossen? Wird doch nirgends geschossen, sind das meine eigenen Truppen? Vielleicht nur die, die sind Bauern So, jetzt greift die nur die an Und die hier auch Und ihr geht jetzt hier Nach vorne, alle Was ist denn so schwer? Ja, die Bauern schaffen es so gesehen Da war noch ein einziger Den Steinschleuder Okay Ihr habt nichts mehr zu sagen Das wird sonst zu böse Die haben sowieso keine Pfeile mehr Keine Sperre mehr Deshalb raus So, jetzt muss ich noch hier Vorne Wo sind die? Da vorne Aber natürlich mit den normalen Ach komm, greif doch einfach an Einfach angreifen Und der Reiter kann auch mal angreifen Ja, reiten Hopp, vorwärts Sehr schön Wunderbar, wunderbar Nicht so viel Schaden machen Schaden erleiden Das sind nur noch Äh, Ding Bauern Da unten sind noch ein paar normale Krieger Nur Milizopriden Du musst hier angreifen Hier Ja, wunderbar Da haben wir es geschafft Mit Brabour Und jeder Ihr werdet von einem Spartauner angegriffen Ja, tötet den dort endlich Dass der noch angegriffen werden kann Geht den denn hin? Ich will ins Haus Aber ich finde den Eingang nicht Und jetzt will ich dort rüber Aber ich kann nicht Weil das Spiel nicht vorseht Dass ich hier rüber gehe Ich bin dumm Dem wird alles die Polizei erlaubt Wo hat's denn noch einen? Stirbt er nicht? Loll, die werden aufgerettet Ah, da sind noch ein paar Die stecken sich einfach her Wie böse Dann geht ihr nicht Dorthin Damit ihr hierbleiben könnt Bis die Zeit abläuft Aber die Wo ist der hin? Er ist hier Ach, der arme Lykische Rebellen Hopliten Das sind normale Hopliten? Okay Nein Nein, nein Sie werden sowas von sterben Genau Tötet alle zusammen Und ihr hört auf Tschüss Wer greift an Einfach hier hin Komm, sonst töten sie euch noch Ah, einer ist noch gestorben So ein Noob Komm, nur dir Ihr könnt jetzt dorthin Gehen Nur ihr Wo seid ihr? So weit weg Da sind sie Okay Ja, wenn ihr immer blöd Falsch geht Dann habt ihr halt immer Einen längeren Weg Das kann man einfach nicht Anders sagen Aha Jo, super Es sind zwei Aber da ist nur einer Wo ist der Rest? Wenn nur einer hier ist Wo ist der andere? Der muss auch irgendwo noch sein Der schiesst von hier Wo rüber? Irgendwo hier muss er sein Da ist er Also trefft ihr niemals Über die Häuser Ach komm Wieso packen denn die hier rum? Sollen nicht so packen Es kommt keine an Es kommt keine an Die schießen irgendwie falsch Ja, gewonnen Und jetzt? Hey, es ist gewonnen Ja, und jetzt? Was machen denn die? Die meinen wahrscheinlich Die Dinge sind überall Wenn ich denn nur da noch hinhin gehe Dann wird er wahrscheinlich Richtig gehen Jaja Gut Und die werden nicht treffen Weil sie nicht da über die Häuser kommen Eieiei Kann man nur den mit dem hier hingehen Bitte Weil ich jetzt weiss wie der getroffen wird Lieber die schauen wie sie den abschießen Der ist verpackt Es knallt den ab Der ist tot Sehr gut Und der andere ist auch tot Ja, dann Wartet einfach hier Einfach hier warten Und ihr kommt Auf ihn zu Ja, jetzt Klar, Sieg Besiegte Gegner Überlebende Sehr schön Sogar zwei haben Level Up bekommen Super Aha Jetzt haben wir eine neue Stadt Und der Part ist schon 26 Minuten lang Weil das einfach nicht Vorwärts geht So eine Schlacht Heie Einfach besser jetzt Wunder eingenommen Das Mausoleum von Halikarnes Das Boah, ist das laut Okay Danke Ist zu laut Und zwar nehmt ihr Ah, da tut ihr den hier machen Hm Da sowieso noch kein Hafen da ist Bringt das Sonder auch nichts Und zwar Hier Ja, machen wir jetzt einfach mal weiter Griechen 6 Hal Halikarno So Ja Ich werde es ja wissen Was es ist So Und ich bedanke mich Fürs Zuschauen Bis zum nächsten Part Ja Wurde ein schöner Part Ein schön langer Part Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal